Der Buddhismus hat einige Konzepte des Hinduismus weiterentwickelt, auch das der Wiedergeburt. Und genau dieses Konzept wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Was bedeutet es, wiedergeboren zu werden? Wie viel hat die Wiedergeburt mit dem vorherigen Leben zu tun? Welche Vorstellungen von Leben, Tod und Jenseits stehen dahinter? Einer, der sich bestens mit diesen Fragen auskennt, ist Michael von Brück, Professor der Religionswissenschaft an der Universität München, studierter evangelischer Theologe, ausgebildeter Zen- und Yoga-Lehrer. Ich habe vor der Sendung mit Michael von Brück gesprochen und ihn zunächst nach den Anfängen gefragt. Ist denn abzuschätzen, wann und in welchem Kontext die Vorstellung von Wiedergeburt überhaupt erstmals im indischen Raum aufkam? Ja, genau wissen wir das nicht. Es ist interessant zu sehen, dass in den ältesten uns überlieferten Schriften, also in den Vedas, die Wiedergeburt nicht vorkommt. Sondern sie hat etwa, ja, in der Zeit der mittleren Upanishaden, man kann es immer sehr schwer detieren, also vielleicht fünftes, sechstes Jahrhundert vor Christus angefangen. Und deshalb hat man auch vermutet, ohne es beweisen zu können, dass die Wiedergeburtsvorstellungen in Indien und die Wiedergeburtsvorstellungen im alten Griechenland, also bei Pythagoras vor allem, irgendwie miteinander zusammenhängen. Nun gibt es beide Thesen, die einen, die vermuten, Griechenland könnte der Ursprung sein und nach Indien die Vorstellung exportiert haben. Oder andere, die meinen, es kommt von Indien und ist dann nach Griechenland gekommen. Wir wissen das nicht genau. Das heißt, da muss noch weiter geforscht werden. Mit welchen Argumenten wird denn diese Wiedergeburtslehre vertreten? Also es ist natürlich immer schwierig, logisch zu argumentieren, bei allem, was Glaubensvorstellungen sind. Aber trotzdem, so aus der alltäglichen Anschauung würde ich sagen, kommt man ja nun nicht unbedingt darauf, dass nach dem Tod ein zweites Leben kommt. Oder ist das jetzt mein christlich-europäischer Blick auf die Sache? Ich vermute ja, denn zunächst mal ist die Vorstellung ja sicherlich, die Leben ist zyklisch. Wir erleben in der Natur das Wachsen, Aufblühen und Vergehen und das Neuerblühen im nächsten Frühjahr. Und das ist ja ein Zyklus und ein Rhythmus in der Natur, den natürlich Menschen, die mit der Natur leben, genau beobachten und dann durchaus mit guten Argumenten oder Vermutungen sagen können, beim tierischen und menschlichen Leben ist es ähnlich. Wir können es zwar bei der Pflanze nur direkt sehen, aber bei Tieren und Menschen könnte das auch so sein. Das andere Argument, was vor allem dann in der indischen Kultur sehr stark geworden ist, ist die Karma-Lehre. Und die Karma-Lehre bedeutet, dass alles, was ist, Ursachen hat, dass diese Ursachen das hervorbringen, was wir jetzt erleben, und zwar nicht nur im Bereich der physikalischen oder der naturhaften Erscheinungen, sondern auch der moralischen. Denn jeder Gedanke, jeder Gedankenimpuls, jedes Wort und jede Tat, die dann aus diesem Gedanken kommt, hat ihre Wirkung und muss ausgeglichen werden. Jede Wirkung muss ausgeglichen werden. Das Interessante ist, dass die Karma-Lehre bedeutet, dass es, ich sage gerne, eine reziproke Kausalität gibt. Das heißt, eine Handlung oder ein Gedanke oder eine Tat wirkt nicht nach außen allein, sondern wirkt auch nach innen. Das heißt, der Täter oder der einen Gedanken fasst, prägt sich selbst durch diesen Gedanken. Er bekommt dadurch, Prägung heißt ja auf Griechisch Charakter. Also der Charakter ist nicht etwas, was irgendwo vom Himmel gefallen ist, sondern ist das, was wir im Laufe unseres Lebens erwerben. Als schönes, anschauliches Beispiel habe ich da bei Ihnen gefunden, dass der Mann, der einen Sohn bekommt oder die Frau, die eine Tochter bekommt, sich auch verändert, weil er Vater oder sie Mutter wird. Natürlich, sehr schön. Und genau dieses Beispiel kommt in den asiatischen Kulturen vor. Und das ist anschaulich und das ist selbstverständlich. Also diese Karma-Lehre ist eigentlich die Vorstellung vom Ausgleich aller Dinge. Es ist etwas, was also etwas wirkt, hat seine Wirkung nach innen und nach außen. Und nun ist offensichtlich Ungerechtigkeit in der Welt. Der Gerechte, wir lesen das ganz genauso in anderen Schriften, also etwa in der Weisheitsliteratur der hebräischen Bibel, der Gerechte, der gerecht lebt, erfährt wiederum Gerechtigkeit in seinem eigenen Leben nicht immer. Und der Ungerechte, der ungerecht lebt, der Böses tut, kann in Saus und Braus leben. Das ist eine Erfahrung, die nicht nur wir machen, sondern offensichtlich in allen Kulturen jahrtausendelang zurückgeht. Nun ist die Vorstellung, das muss ausgeglichen werden, sonst ist die ganze Welt nicht in Ordnung, sonst ist die Welt nicht gesetzmäßig aufgebaut. Und das ist im Hinduismus undenkbar und auch im Buddhismus. Und deshalb die Vorstellung, es muss ausgeglichen werden. Wie kann es ausgeglichen werden? Indem eben viele Leben durchlaufen werden und der Mensch dadurch überhaupt erst zur Reifung kommt. eigentlich zu dem kommt, was er eigentlich potenziell hat und ist. Aber Sie sagen jetzt, der Mensch kommt zur Reifung. Das heißt, es gibt etwas, was sich hinüber rettet von einem Leben ins andere? Ja, das ist genau die Vorstellung. Und was das ist, was nun vom einen Leben ins andere geht, das ist höchst strittig, denn das hängt natürlich an der Vorstellung von Seele, Bewusstsein, Charaktereigenschaften, die irgendwie ja dann gebündelt sein müssen, Personale Identität. All diese Fragen sind äußerst schwierig und sind im Laufe der indischen Geschichte ganz unterschiedlich beantwortet worden. Und da gibt es nun eben auch die große Differenz zwischen Hinduismus und Buddhismus. Weil der Buddhismus weniger um das Selbst kreist, kann man das so sagen, vereinfacht? Mehr noch eigentlich, das Markenzeichen des Buddhismus ist genau dies, dass er sagt, nichts ist permanent, Anitya, und nichts hat einen selbst, Anatman oder Anatta auf Pali. Das unterscheidet den Buddhismus von den anderen indischen Religionen und philosophischen Strömungen. Buddhismus ist ja mitten in der ganzen indischen Debattenkultur über die Fragen, die wir gerade jetzt erörtern, entstanden. Und das ist ein Markenzeichen. Und dann ist natürlich das Problem zu fragen, ja, wenn es keine Seele gibt, keine permanente Seele, was wird dann eigentlich wiedergeboren? Und genau das ist seit, ja, 2300 Jahren, seit der Buddhismus in Indien existiert, das große strittige Problem, was von unterschiedlichen buddhistischen Schulen und Philosophien auch unterschiedlich beantwortet wird. Halten aber alle diese Schulen noch an der Idee der Wiedergeburt fest? Oder ist es dann nicht die logische Konsequenz, irgendwann zu sagen, dann kann es eigentlich auch keine Wiedergeburt geben in dieser Form, wenn wir da kein Selbst haben? Also der Buddhismus steckt da in einem gewissen Dilemma. Nicht, wenn er sagen würde, es gibt kein Selbst, kein permanentes Ich und damit auch keine längerfristige personelle Identität, dann kann es auch keine Wiedergeburt geben. Dann ist aber der ganze buddhistische Weg sinnlos. Denn, ja, offensikundig erreichen ja die meisten Menschen das Ziel, nämlich zur Erleuchtung zu gelangen, also Buddhaschaft zu erlangen, in diesem Leben nicht. Also würde der Buddhismus sich selbst ad absurdum führen, wenn er diese Wiedergeburtslehre aufgäbe. Aber er muss nun einen Weg finden, personelle Identität über den Tod hinweg und die Vorstellung von einem Nicht-Selbst im klassischen Sinne, indischen Sinne, miteinander zu verbinden. Übrigens, Sie fragen nach anderen buddhistischen Schulen. Diese Wiedergeburtslehre spielt im chinesischen und japanischen und dann auch koreanischen Buddhismus längst nicht so eine große Rolle wie im indischen und tibetischen. Weil das da vorher nicht so angelegt war, wie es schon im indischen Denken angelegt war. Genau. Die indische Kultur denkt in vielen Zeitzyklen und ja Milliarden von Lebenszyklen und Weltzyklen und so weiter. Die chinesische Kultur, die ja dann eben auch ganz Ostasien beeinflusst hat, denkt viel pragmatischer. Jetzt und hier und in diesem Leben muss es passieren. Und in dem berühmten Zen-Buddhismus, den ich ja selbst auch praktiziere und lehre, spielt zwar theoretisch die Wiedergeburtslehre auch eine Rolle, aber praktisch nicht. Man redet wenig davon, sondern sagt, alles kommt darauf an, dass du jetzt in diesem Augenblick dein Leben so vervollkommen bist und zum Erwachen kommst und alle Gedanken an zukünftige Leben und dergleichen lenken nur ab. Das heißt, jenseits wird auch irrelevant. Also die Frage, was nach dem Tod kommt, ist eigentlich nicht so wichtig wie die Frage, wie komme ich jetzt zurecht? Zur Erleuchtung. Das ist das Charakteristische des Zen. Und Zen hat natürlich die ostasiatische Kultur sehr stark geprägt. Aber es ist, wenn man so will, doch eine gewisse Elitekultur immer gewesen und auch heute noch. Der weitreichende Volksbuddhismus redet von Wiedergeburt. Da geht es darum, dass man in diesem Leben möglichst Gutes tut, also möglichst die Mönchsgemeinde unterstützt und betet und die grundlegenden Regeln, moralischen Regeln des Lebens beachtet. Aber zur Erleuchtung kommt man meistens nicht. Dazu haben die meisten Menschen gar nicht die Gelegenheit. Sondern durch gute Taten, indem man also gutes Karma anhäuft, hofft man dann auf eine gute Wiedergeburt in einem nächsten Leben, die dann so günstig ist, dass man dann die Meditation so praktizieren kann, dass man also tatsächlich zum Erwachen kommt. Das ist dann im Volksbuddhismus, ganz besonders auch in Japan, durchaus der Fall. Gibt es in diesem Volksbuddhismus auch die Suche danach, einen Wiedergeborenen zu erkennen? Das könnte man sich ja vorstellen, dass man denkt, okay, meine Großmutter ist verstorben, aber ich kann ihr Wesen in diesem Kind hier erkennen oder so. Oder ist das zu abwegig? Nein, das gibt es. Also durchaus. Also in den klassischen Ländern des Buddhismus, Sri Lanka etwa oder heute Myanmar oder Thailand, also Südostasien, gibt es immer wieder solche Fälle, wo spontan Kinder oder Jugendliche dann behaupten, sie seien die Wiedergeburt von dem und dem. Und dann gibt es auch entsprechende Prüfungen und dergleichen. Aber daraus folgt nicht allzu viel. Außer beim Dalai Lama, oder? Außer im tibetischen Buddhismus. Der tibetische Buddhismus hat aus den Wiedergeburtsvorstellungen eine soziale Institution gemacht. Das heißt, die Wiedergeburten des vorigen Menschen bekommen die gleiche soziale Macht oder auch religiöse Macht, wie der Vorgänger hatte. Jetzt haben wir viel über Vorstellungen geredet, aber Religion besteht ja eigentlich auch aus Ritualen. Man könnte sich vorstellen, dass es auch Rituale gibt, um Sterbende auf diese Wiedergeburt vorzubereiten oder um vielleicht gerade Verstorbenen auch die möglichst gute Wiedergeburt zu ermöglichen. Ja, das spielt eine ganz große Rolle. Also ich habe ja dieses Buch geschrieben über Rituale in Indien, Leben in der Kraft der Rituale. Und dort habe ich ganz genau beschrieben, wie die Totenrituale eine Rolle spielen, um die gute nächste Geburt zu ermöglichen. Ganz ausgeprägt ist das auch im tibetischen Buddhismus. Dort wird der Sterbeprozess entsprechend begleitet. Bis in kleinste Detail sitzt ein Lama neben dem Sterbenden und flüstert ihm ins Ohr, dass er sich wieder erinnert an das, was er sein Leben lang natürlich schon gelernt hat, nämlich die einzelnen Phasen des Sterbeprozesses. Und wenn er durch diese Phasen, wenn der Sterbende durch diese Phasen friedvoll, ohne Anhaftung, ohne Angst und so weiter geht, dann bleibt das Bewusstsein rein und klar im Sterbemoment selbst oder in diesem Sterbeprozess. Das ist nicht ein Moment, sondern geht ziemlich lange. Und dann ist auch das Bewusstsein so klar und rein, dass es leichter eine gute Wiedergeburt erlangen kann, als wenn jemand mit Angst oder Unklarheit oder dämonischen Fantasien und so weiter stirbt. Aber das ist im ganzen indischen Kulturraum und auch im tibetischen so. Das heißt, entscheidend ist das richtige Verhalten, das ganze Leben durch, aber entscheidend ist auch, in welchem Zustand ich in den Tod eintrete. Richtig, genau. Dieser Todeszeitpunkt oder der Sterbeprozess ist noch einmal für diese Kulturen eine ganz große Gelegenheit, vieles, was im Leben vielleicht auch schiefgelaufen ist oder eben noch nicht erledigt ist, noch zu korrigieren und dort das Bewusstsein also noch zu einer Reifung zu führen, wie es vielleicht während des Lebens noch nicht gelungen ist. Im Christentum gibt es ja auch den Gedanken der Wiedergeburt in der Taufe. Das steht schon bei Paulus. Und wir haben ja bis heute Christen, die sich Born Again nennen, eben nach einem Erweckungserlebnis. Ist da irgendwie ein Anknüpfungspunkt für einen christlich-buddhistischen Dialog zu sehen oder sind das völlig unterschiedliche Dinge? Nein, ich glaube, das sind doch ganz verschiedene Dinge. Denn diese Wiedergeburt, die von Nicodemus eben berichtet wird, man muss wiedergeboren werden im Geist, das ist eine geistige, die jetzt schon stattfindet. Also es ist, wenn man so will, eher so etwas wie eine Erleuchtung. Aber eine Erleuchtungsvorstellung gibt es ja im Buddhismus auch. Ja, genau. Aber das ist was anderes. Die christliche Wiedergeburt bezieht sich auf die geistige Umkehr und das geistige Neuwerden. Während in den asiatischen Kulturen, über die wir jetzt sprechen, ja eine Wiedergeburt nach dem Tode wieder in einem Körper da ist. Aber im Christentum gibt es durchaus Parallelen oder durchaus Versuche, etwas Ähnliches zu denken. Mal abgesehen davon, dass natürlich frühe Christen die griechische Vorstellung von Wiedergeburt durchaus gekannt haben und offensichtlich auch gelebt haben und praktiziert haben. Sonst hätte man nicht diese Vorstellung extra auf einem Konzil im 6. Jahrhundert verbieten müssen. Aber es hat dann in der Tradition seit dem 9. und 10. Jahrhundert eine Vorstellung gegeben, also eine Vorstellung aufgekommen, die im Katholizismus bis ins 19. und 20. Jahrhundert hinein sehr prominent war, nämlich die Vorstellung des Fegfeuers. Und das Fegfeuer ist eine Art Wiedergeburt, aber nicht hier in diesem materiellen Körper und hier auf der Erde in unseren Lebensbereichen, sondern in einer Art Zwischenreich, in einer Art Zwischenexistenz. Was da passiert, ist nämlich das Ausgleich des Karma, wenn man so will. Also das Fegfeuer ist dazu da, damit der Mensch, der hier noch nicht reif geworden ist, fähig wird, dann doch noch die Reife zu erlangen, die ihn befähigt, dann in den Himmel zu kommen. Herzlichen Dank, Michael von Brück, Professor für Religionswissenschaft an der Universität München, Zen- und Yogalehrer. Sein Buch Ewiges Leben und Wiedergeburt, Sterben, Tod und Jenseitshoffnung in europäischen und asiatischen Kulturen ist im Herder Verlag erschienen. Untertitelung im Auftrag des ZDF,